Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die Medikabin und ja, wir waren in der letzten Folge noch unterwegs gewesen, ein bisschen Position, äh, snacken, äh, bei Händler und so. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen, äh, ich muss sagen, wir haben heute den, äh, 27. Juni. Das heißt, heute Abend, beziehungsweise morgen ist dieser große Stream, äh, sprich Alpha 19, wo ausgewählte YouTuber die Alpha 19 spielen dürfen und das heißt dann für uns, dass das wahrscheinlich die letzten Aufnahmen vor Alpha 19 wären. Also, hordemäßig. Also bis meine Horde kommt, dürfte das die letzten Folgen sein, äh, in der Alpha 18. Ja, also das heißt, wir müssen, äh, also wir müssten noch irgendwie die nächst, äh, ganz, ganz schnell an Munition rankommen und an Eisen. Ja, das wäre schön, wenn ich das jetzt sofort hätte. Ist aber nicht, äh, ja, das heißt, äh, schnell noch was besorgen. Der Blöde ist wo? Hm. Gut, komm. Dich noch. Und dann ist gut. Na, okay. Dich auch noch. Dann ist aber wirklich gut. Sag mal. Hallo? Also, so schlecht ist die nur auch nicht. Äh, ja, dann lohnt es sich doch da nicht mehr ins Hotelchen drin zu gehen. Das wäre nämlich dumm. Also, munitionstechnisch mäßig. Alter, und wir müssen noch die Zäune aufstellen. Ach, du Kacke, wir haben ja auch... Ähm, Entschuldigung, Stimme, Arsch. Äh, ich habe ja auch noch nicht die Elektro-Zäune aufgestellt. Hä? War was? Oh, Alter, jetzt ist meine Stimme gerade weg. Entschuldigung. Alter, das sind Steine gewesen. Ich habe gedacht, da ist ein Rucksack. Wir müssen ja noch die Zäune aufstellen. Munition auch noch. Aber jetzt sind flinke Füße. Aber richtig, also... Wie heißt es so schön immer? Da wohnt nicht glatt, als kannst du rennen, wa? Also. Speedy. Speedy. Na, das ist bloß jammelflich. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Zombie? Juh, da haben wir heute jetzt richtig viele zu tun. Also, Zäune müssen gemacht werden. Beziehungsweise ein paar herangetackert. Äh, Munition ist ja am Machen. Beziehungsweise am Vorproduzieren. Äh, nee, ich muss da lang. Ja, Hüsen brauche ich. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen Zäunchen. Ein bisschen aufwerten. Und dann ist... Alter, wir sind schon am Tag 109. Äh, äh. Naja. Gut. Trödelmeier. So, hast du noch ein bisschen Munition für den armen Kabin? Das wäre natürlich cool. Hast du natürlich nicht... Gut. Aber vielleicht kriege ich aus dir ein bisschen Munition raus. Also, äh... In Sachen Teile. Ah, da. Geschossspitzen. Nee, das sind ja Geschosshösen. Da hängt er da raus. Ja, dann würde ich mal sagen, dann kann uns das... Also, erst mal, äh... Fast Latte sein, ob sonst die Hütte auseinander kloppen. Weil wir werden die nächsten dann umziehen. Hm. Jo. Ich würde auch gerne... ...ne... ...noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Aber ich habe Angst... ...mir meinen Spielstand trotzdem noch zu zerschießen. Ich würde nämlich noch gerne andere Zombies installieren. Aber das hat letztes Mal schon nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das sollte ich erst mal sein lassen. Na, Robby? Wie robbt das sich so? Ich glaube, wir sollten das erst mal mit den Mods sein lassen. Ich glaube auch nicht, dass da... Hey! Äh... ...die Nächsten noch irgendwas kommen wird. Weil wenn die so kurz vor der Alpha 19 stehen... ...warte, warte, 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 warte. Hm. Nasse Füße. Alles gut. Ja, kein Problem. Das schaffen wir schon. So. Uschi ist auch wieder sauber. Ich konnte wissen, dass da ein See ist. Ach, ist das schön. So. Gut. Dann haben wir... Das ist aber richtig ein strammer Schuh. Äh. Hä? Strammer Schuh? Schnürschuh? Plan? Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß das nicht. Naja. Achso. Ich wollte... Ups. Ich habe gerade gedacht, ein Handy klingelt. Hä? Ehe ein Handy? Wie viel hast du denn? Ehenz. Ich war bloß so verwundert. Weil das wäre denn nicht mein Klingelton gewesen. Deswegen. Deine Idee, wie ich? Das ist ja... ...für Uschi kein Problem. Sag mal, bin ich hier überhaupt noch richtig? Hier bin ich doch falsch. Na, Nasen-Elch? Hast du dich auch verlaufen? Ja, dann bin ich wenigstens nicht der Einz hier. Ja, Uschi. Das schaffst du doch. Komm. Los, komm. Du bist doch die alte Bergzicke. Komm. Ja, geht doch. Wölfchen. Lass es mal sind. Hä? Da. Sag mal, wo fahre ich denn heute hin? Erstmal eine Runde spazieren. Oh, da ist ja biller Wasser. Wer stört denn hier Wasser hin? So, da schaff ich das, schaff ich das. Ich schaff das, ich schaff das. Leute, ich schaff das. Ich schaff das wirklich. Wow. Hätte ich jetzt... Na, äh, ich meinte natürlich. Ich wusste das, was wir das schaffen. So. Aber jetzt sind wir richtig. Sind wir doch, oder? Ja, Uschi wird da oben angezeigt. Also richtig. So, da ist eine Tasche. Das ist aber diesmal wirklich eine Tasche. Jawohl. Eine Donnerbüchse. Ja. Vorderorder, äh, das brauchen wir genau jetzt. Wisst ihr? Äh, zum Glück überarbeiten sie das Luftsystem. Ja, ja. Müssen wir bloß noch kicken, weil es wird jetzt nicht mehr so sein, dass wir an Anfang AK uns zu kriegen. Und AKs sind dann erstmal, äh, ich glaube 79, nee, warte mal, 97 oder so, in den so Hardcore-Waffen erst los in Sachen Looten. Ja, ja, also, diesmal haben wir so wirklich eingestellt, dass sie rein technisch nicht hier so zweiten Tag und gleich eine AK haben sollen tun. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Sag mal, weniger quatschen, äh, konzentrieren. So, der war doch hier, genau. Da hinten ist doch das Haus. Muss ich bloß noch bis dahin kommen. Halt, kein Problem, schaffe ich schon. Uschi, hilf mir. Du hilfst mir doch, Uschi, oder? Guck mal schon, die Bär hier kennt mir ja nicht einer. Wo bin ich hier? Los, Uschi. Nein, geht doch. What the fuck, wo bin ich hier? An diesen Weg kann ich mich nicht erinnern! Weg da! Tut mir leid! Also, eigentlich nicht, aber du standst mir gerade im Weg. Mann, Mann, Mann. So. Orientierung. Da. Gut. Funktioniert ja, Villa. Alter, neun Minuten durch die Gegend pesen, Alter, ohne Sinn und Verstand. Äh, das sieht mir ganz eh nicht. Nur was von oben kommt, kommt auch wieder runter. Die Weisheiten des Kabins. Hui! Ist verdient. Also, in meine Spielcharakterhaut will ich nicht stecken. Wirklich nicht. Kannst du keinen antun. Kannst du auch nicht schönreden. Ach, Mensch. Ach, wir kommen jetzt noch von der anderen Seite. Ich bin schon gewundert, hä? Müssen hier irgendwo Wasser sein? So. Ja, das fährt gewesen, hat er die letzten fünf Meter und ein Kabin fährt sich erstmal fest. Äh, das ist doch schon schöner. Das ist doch angenehm, der Weg. Da ist die Straße. Hier sind wir richtig. Traute Time. Glück allein. Na, Mucki, hast du aber Schwein gehabt, Junge. Bei einer Skunkstreifen, wo du rücken, hier macht. So. Gut, also, äh... Aufwertungstechnisch mäßig, hä? Äh, richtig Arbeit geleistet hier. Bis du heisst, dass ich es geschafft und dann, äh, verließ mich die Lust. Aber das habe ich noch fertig gemacht, ne? Das ist doch geil, war? Habe ich das schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Naja, dann habe ich es euch nochmal gezeigt. Schaut euch das Ding an. Ist das nicht geil? Ich will grillen. Gut. Tsch. Hä? Wir stellen sowas hin. Gut, äh... Also, wir brauchen... ...nochmal eine zweite Hut. Und ich würde so ja sagen... Gut, dass ich das aufgewertet habe. Ich wollte gerade sagen, na, dann können wir das hier noch ein bisschen rüberziehen. Gut, ich lasse das erstmal nochmal sein. Sonst nicht abreißen. Ist mir ja jetzt Wumpe. Wir stehen hier vor der Horde. Also. Konzentration. So, äh, ich wollte auch letztes Mal das Loch stoppen. Okay, das lasse ich jetzt auch erstmal so stehen. Äh, ja, schwierig. Naja, gut. Wenn du jetzt so das denkst, was du denkst, dann bist du ein Ferkel. Ich habe natürlich das Loch immer hinter. Nicht, was du denkst. Schäm dich. So. Kettensee. Weite deines Amtes. Sag mal, wie lange brauchen die Bäume da hinten? Die müssen aber spezielle Bäumchen sein. Tempo. Flum. So. Vielleicht mal ein Bäumchen pflanzen. Obwohl das wahrscheinlich ja gehen. Ich kann das auch nicht einschätzen. Weil wenn heute Stream ist, das kann sein, dass nächste Woche die einfach rauskommen tut. Das kann aber auch sein, äh, in zwei, drei Wochen. PC, sei ruhig. Naja, okay. Naja, durch KI wahrscheinlich gehört das ja nicht. Aber mein PC kloppt gerade am Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. Ey, Idiot. Fahre mal ein bisschen runter. Nö. So. Gut. Äh, so. Das muss ich auch noch verbessern. Oh, hab ich kein Schwein. Und außerdem wollte ich da oben noch was machen. Sag mal, fünf Sekunden und schon, äh, gelöscht. Kurzzeit, die Dächtnis. Sehr, sehr kurz. So, das ist hier stoppt. Das ist auch zu. Also können sie hier nicht rennenfallen. Ich, äh, warte. Scheiß drauf. Ich werde das aufwerten. Dann sind in dem Teil diese Platten. Aber wenn, ja, der Holz, das kicken die schief an und das Holz, äh, 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 bitte nicht schlagen. Und dann ist es kaputt. Bringt uns ja dann auch nicht weiter. Das Dumme ist jetzt, im Nachhinein. Ich hab jetzt alle da hin geschmolzen. Ist jetzt nicht so ideal. Aber, ja, was willst du machen? Erst mal nicht rennen. Das wär schon mal ein Anfang. Und sag mal, ich hab doch erst alle verkauft. Warum ist das Inventar schon wieder so voll? Ideal wiegt der Tour. Ich werde das Zeug nicht los. So. Und jetzt so, um eine ganz bestimmte Person zu ärgern. So. Ich werde das einfach tun. Nee, hier werde ich das nicht tun, weil da muss ich nochmal ran. Denn erhe ich mich selbst da auch nicht. Genau. Hier. Guck mal hier. Ich sortiere. Ja, okay. Ja, okay. Ein bisschen sortiere ich schon. Aber ich schmeiße es jetzt einfach hin. Ohne zu sortieren. Ist das nicht krass? Und ich werde auch keine Schilder ran machen. Hatte ich nämlich oben gehabt. Also ist nicht neu. Also ich kann sortieren, wenn ich will. Aber, äh, da hängt der Hund begraben. Also pfeffermäßig. Äh, ich hab keinen Bock. Ich hab einfach keine Lust. Ja. Das ist der Ritzeslösung. Der Kabin hat einfach keine Böcke. Diesen Kack zu sortieren. Da suche ich lieber eine Stunde. Und das ist auch gut. Mehr oder weniger. Schön. Guten Abend. Gut. Äh. Ja, nee. Ist schon gut. Aber, äh. Das werde ich jetzt nicht machen. Also. Schild hab ich ja oben gehabt. Aber, äh, jetzt, äh, für zwei Wochen oder so. Ich kicke hier einfach mal durch. Denn ist das auch gut. Äh, ja. Aber ich mag das ja. Wissen, Tipps und so. Vier, zwölf Augen sehen mehr als zwei. Vor allen Dingen, wenn das eh ne blind ist. Äh, hey. Wie? Nee, ist nicht blind. Das ist Sprichwort von mir. Ist mir grad so eingefallen. Passt aber irgendwie. Ist nicht. Aber, hey. Ich sag doch, kipp mal. Also, wir dürfen, wenn wir Zeug rinschmeißen, dürfen wir nicht weggehen. Weil ich bin mir, sagen wir mal, zu E-Prozent sicher, dass ich da auch was drin geschmissen hatte. Und es sollte eigentlich brutzeln. Hat's aber nicht. So, kippen wir mal schnell hier rin. Da. Hab ich. Hab ich? Sag mal, äh, jetzt weiß ich nicht, ob das Alzheimer ist. Oder hab ich das wirklich gemacht? Oder hab ich das nicht gemacht? Nee, hier Eisen. Das ist eigentlich schmolzen. Wisst ihr, was ist mir da rum? Das war im Spiel. Ich war das nicht. So. Äh, warte mal. Dann kann ich das gleich rinschmeißen. Dann hat er was zu tun. So, wie weit bist du hier? Das müsste ja ein. Theoretisch, würde ich gerade sagen, fertig sein. Und das ganze Holz ist, wenn er. Äh, das ist ein Traum. Ich wünsch mir, dass wir das irgendwann mal einfügen. Dass sobald kein Material eingeschmolzen wird. Oder verarbeitet wird. Dass das Holz von Alina aussieht. Ich bin gleich Willa da. So, und da bin ich auch Willa. Wird bloß eine kurze Unterbrechung sein. Ich muss nämlich gleich Willa ran, weil, äh, mein Neffe kommt vorbei. Na ja. Der sucht sich die besten Zeiten aus. Ich sag euch, da kannst du keinem erzählen. So. Gut, Munition. Äh, ich brauch dazu auch Geschossspitzen. Und warum ist denn das hier? Ne, weil ich das da ja nicht reingeschmissen hab. Oh mein Gott. Das fängt schon gut an. So, das muss nämlich da rinnen. So. So wird ein Schuh draus. Ich sag euch. Dann kann das fertig. Sag mal, äh, ich hab doch schon letztes Mal, ich wollt grad sagen, ich hab da was eingeschmolzen. 50. Naja, ist nicht viel. So. Hey, das dauert. Hey, Junge, nee, das dauert. Ich brauch das jetzt. Give me. Gut, dann machen wir jetzt mal Eisen. Äh, Stahl. Ich brauch mehr Stahl. Äh? Hä? Oh ja, da war ja was. Upsi. Ich brauch ja Klee. Oh, 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 oh. Das ist aber jetzt blöd. Äh, gut, äh. Kein Problem. Keine Panik. Ich schaff das schon. Ich wies bloß nicht wie. Äh. Ich hab auch keine Schuss. Hm, hm. Spitzen mehr. Hm. Ich nehm das mal hier wieder raus. Ich wies denn das ja ins Zeug hin. Und deswegen sortier ich das nicht. Ich find mir jetzt nicht zurecht. So, da ist Essen drinne. Da ist der Rest drinne. Verflixt nochmal. Ich schwöre. Ich hab letztes nochmal hier Eisen gesehen gehabt. Da hab ich nur gesagt. Hab ich das eingeschmolzen? Hm. Hm, 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 hm. Dit is ja komisch. Da ist det doch. Dit is aber auch nicht viel. Alter, die ganze Zeit jammer ich rum. Äh, ik hab zu viele Blei. Bleivergiftung. Und wenn du das mal brauchst, alter, denn, äh, 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 ik hab kein Blei. Ich soll das mal was essen. Äh. Gut, ik werd mir mal den Juten schütgen. Schiebt dir in, Junge. Hastet dir verdient. Trinken hab ich doch auch, ne? Ja. Trinken ist da. Gut, dann schmeiß ich hier. Na, hier ist der Blei so oder so drin. Das hab ich ja letztes Mal eingeschmolzen. Gut, dann kann das dann doch wieder da rin. Boah, ik hab eben echt gedacht, alter, wo ist denn das ganze Blei hin? So fängt das an. Fünf, 5000. Favorit, ne, ist, ja, okay, können wir machen. So, dit ist am durchröhlen. Dit ist auch fast fertig. Schmeiß ich denn dit auch noch mit drin? Dann würd ich mal sagen, wir machen heute mal, ach, der ist blödsinn, ich wollt grad so eine ganz kurze Folie. Aber wir sind ja jetzt gerade bei 22, ja, wisst ihr was? Wir machen heute mal wirklich eine kurze Folie, weil, wie gesagt, wenn der jetzt gekommen tut, äh, dann kann ich dit nämlich hier in der Zwischenzeit einfach durchloben lassen, wisst ihr? Dann müsst ihr euch dit nicht antun. Und wenn er nächstes Mal entscheiden tut, ist altfertig. Ist doch ne Abmache, wa? Also jedenfalls munitionsdechnisch mäßig ist dann altfertig. Dit auch fährt, müssen wir trotzdem noch tun. Also, ik hoffe, dat hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ik hoffe, wir sehen uns ja quasi morgen, will er? Äh, wenn er weiterhetzt, alter Chaos mit Carbin, alter. Mann, 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 Mann. Also, bis dann, tschü. Tschü.